Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute einen Tag, den ich ja vor einigen Tagen bei der lieben Claudia gesehen habe, nämlich der Reading Habits Tag. Da geht es nämlich um die Lesegewohnheiten und ich fand den super spannend. Und ja, ich weiß, der ist schon ein bisschen älter und ich habe den auch schon bei einigen gesehen. Aber als die liebe Claudia den jetzt beantwortet hat, dachte ich, Mensch, eigentlich könntest du auch ein bisschen über deine Lesegewohnheiten quatschen. Und ihr findet das Video von der lieben Claudia unten in der Infobox. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ich mag sie und ihren Kanal super gerne und ich mag auch ihren Lesegeschmack und habe mich auch schon immer mal anfixen lassen. Also schaut gerne bei ihr vorbei und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Tag. Die erste Frage lautet, hast du einen bestimmten Platz zu Hause zum Lesen? Und ja, jein. Also meistens lese ich tatsächlich auf der Couch oder im Bett oder Balkon, Terrasse im Sommer. Das mag ich super, super gerne. Da höre ich auch sehr gerne Hörbücher, weil man da natürlich so ein bisschen den Blick schweifen lassen kann. Oder ja, wenn einem die Sonne anstrahlt, man eben auch einfach mal die Augen schließen kann. Aber sonst bin ich tatsächlich wahrscheinlich der klassischer Bett- und Couchleser. Ich mag es nicht in der Badewanne zu lesen und ja, das finde ich tatsächlich ganz so schön. Aber wenn ich es mir gemütlich mache mit Buch, Hörbuch, dann definitiv auf der Couch oder im Bett. Zweite Frage, Lesezeichen oder ein willkürliches Stück Papier? Also meistens tatsächlich ein Lesezeichen. Ich habe gefühlt überall Lesezeichen rumliegen, in jedem Bücherregal, im Schlafzimmer. Überall liegt eins und ja, von daher meistens nutze ich etwas. Sollte es aber tatsächlich mal so sein, dass ich irgendwo unterwegs eins brauche, dann lege ich durchaus auch mal irgendwie ein Taschentuchstückchen rein oder irgendein anderes Blatt Papier. Ich bin niemand, der Eselsohren macht. Aber ja, ansonsten ist es mir eigentlich egal. Aber ich finde, so ein Lesezeichen hat so ein bisschen ja auch was, ja so was Achtsames und was Wertschätzendes. Und ja, deswegen definitiv am meisten, am häufigsten tatsächlich ein Lesezeichen. Die dritte Frage finde ich super spannend und vielleicht wollt ihr die Fragen ja auch in den Kommentaren beantworten. Dann würde ich mich freuen, ihr findet die Fragen auf jeden Fall auch in der Infobox. Die dritte Frage lautet, kannst du irgendwo aufhören, in einem Buch zu lesen? Oder wartest du, bis ein Kapitel zu Ende ist oder bis du 50 bis 100 Seiten gelesen hast? Und das fand ich eine super spannende Frage, weil ich mir darüber tatsächlich noch nie groß Gedanken gemacht habe. Denn ich höre gefühlt einfach auf, wann gerade irgendwas ist, warum ich aufhören muss. Und lese in der Regel einfach diesen Satz zu Ende. Wenn man natürlich gemeinsam liest mit anderen oder auch im Leseclub, wenn wir lesen, da versuchen wir natürlich schon, möglichst irgendwie ein Kapitel abzuschließen oder einen Absatz, dass man irgendwie sich daran orientieren kann, wo endet der Abschnitt. Aber ich fühle mich selbst, ich kann auch einfach nach einem Satz aufhören. Das stört mich überhaupt nicht. Gerade auch was Hörbücher natürlich angeht, da weiß man ja manchmal gar nicht, ob das Kapitel endet oder nicht. Aber ja, da versucht man eben einfach einen guten Moment des Aufhörens zu finden. Und so ist das auch bei E-Books oder echten Büchern. Einfach, keine Ahnung, das Telefon klingelt, irgendwas ist. Da kann ich ja schlecht sagen, ich warte jetzt, bis ich das Kapitel beendet habe. Also ich habe da, also ich beende es, wenn es gerade einen Grund gibt, um aufzuhören. Und auch wenn ich nachts im Bett lese und tatsächlich müde werde, dann mache ich eben auch zu, wenn ich jetzt gerade denke, so bevor du jetzt irgendwie abdriftest, hörst du jetzt auf, dass du es noch bewusst im Grunde aufgenommen hast. Also ja, aber eine super spannende Frage, weil mich wirklich tatsächlich auch interessieren würde, wie das andere sehen, ob es wirklich, also ob es wirklich Leute gibt, die sagen, ich muss das Kapitel zu Ende lesen, ich muss vielleicht, ja, 100 Seiten lesen und dann kann ich erst aufhören. Also finde ich super spannend. Und ja, vierte Frage, isst oder trinkst du während des Lesens? Ja und ja. Also trinken definitiv. Ich trinke gefühlt ständig, also zumindest Tee oder Wasser. Da würde ich mich jetzt auch überhaupt nicht einschränken lassen. Beim Essen ist es natürlich schon so, dass ich eher achtsamer Esser bin, also sehr bewusst esse und ich daneben tatsächlich nicht lesen würde, aber vielleicht tatsächlich doch ein Hörbuch höre. Das kommt, denke ich, durchaus eher mal vor, dass man irgendwie, ja, beim späten Frühstück oder wie auch immer mit seinem Müsli oder was auch immer, dass man dann einfach sein Hörbuch so ein bisschen nebenbei hört, vielleicht gerade am Wochenende. Aber tatsächlich versuche ich, Essen sehr achtsam wahrzunehmen und wüsste jetzt auch keinen Grund, warum ich daneben ein Buch haben sollte. Also weil das kann ja die halbe Stunde auch warten. Also ich, ja, aber Hörbuch ist theoretisch ja immer möglich. Von daher, das kann ich mir auch gut vorstellen. Fünftens, Multitasking, Musik oder Fernsehen, während du liest. Also Fernsehen eigentlich überhaupt nicht. Ich bin auch so kein großer Fernsehschauer und wenn ich Fernseh schaue oder einen Film schaue, dann will ich ja diesen Film sehen, beziehungsweise die Sendung und dann lese ich auch nicht. Also das für mich so ein bisschen, also entweder will ich den Film sehen oder das Buch genießen. Musik höre ich durchaus ganz gerne nebenbei, meistens. Musik, aber Musik, die nur Melodie hat. Also sei es zum Beispiel der Herr der Ringe Soundtrack oder Harry Potter, sei es klassische Musik. Ja, sowas höre ich ganz gerne, ohne dass eben jemand singt oder einen Text hat, sondern tatsächlich nur so die melodischen Klänge. Ich finde das sehr, ja, entspannend und ich finde, das zieht einen direkt auch noch so ein bisschen vom Hören sozusagen in die Geschichte hinein. Beim Hörbuch hören entfällt das natürlich, aber beim Lesen an und für sich, ja, höre ich ganz gerne Musik. Aber wirklich nur, dass die Musik eben so ein bisschen eine Atmosphäre schafft, nicht, dass sie im Fokus steht, weil wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Band, die ich cool finde, ein neues Album herausbringt, dann will ich ja das Album hören und nicht mich ablenken lassen durch das Buch. Also ich versuche da schon sehr, ja, immer eins nach dem anderen sozusagen zu machen. Sechste Frage, ein Buch oder mehrere Bücher gleichzeitig? Gleichzeitig, also da bin ich tatsächlich jemand, der, ja, zwei, drei Bücher parallel liest. Ich habe gefühlt eigentlich immer von jedem Format was, ja, im Ohr oder in der Hand. Also ich habe meistens ein Hörbuch pro Woche oder dann einen Podcast oder ich lese dann ein echtes, ein haptisches Buch oder ein E-Book, je nachdem, ob man eben auch unter der Woche öfter mal unterwegs ist und, ja, dann eben das E-Book eher mitnimmt. Also ich kann das durchaus. Ich konnte das eine ganze Zeit gar nicht. Ich habe auch Probleme, wenn die Bücher, die ich parallel lese, im ähnlichen Genre sind. Ich versuche da tatsächlich ein bisschen Unterschiede hineinzubekommen. Also wenn ich einen Liebesroman lese, dann höre ich vielleicht einen Thriller oder habe in dem anderen Buchformat sozusagen vielleicht dann auch mal ein Sachbuch. Also versuche da ein bisschen Unterschiede hineinzubekommen, um eben nicht durcheinander zu kommen. Siebte Frage, zu Hause oder überall? Also tatsächlich überall, mit Ausnahme von zwei, drei, ja, Ausnahmen sozusagen. Also theoretisch kann ich überall lesen. Ich kann in jedem Wartezimmer lesen. Ich kann Hörbuch im Auto hören. Ich, beim Spazieren gehen, ist auch immer mal ein Hörbuch, ganz schön. Also ich kann überall lesen und ich kann auch überall einsteigen in das Buch und auch zum Beispiel, wenn man im Wartezimmer beim Arzt sitzt, auch spontan wieder aufhören, wenn man dann aufgerufen wird. Also das stört mich überhaupt nicht. Oder auch Zugfahrten oder, ja, im Auto, wenn man dann ein Hörbuch hören kann. Ich kann überall lesen und hören. Was ich nicht tatsächlich mag, ist in der Badewanne zu hören, weil ich mich da tatsächlich irgendwie auch entspannen möchte und auch den Geist und den Kopf und ich dann tatsächlich eher so eine, ja, geführte Meditation höre oder einfach Musikhintergrund. Und, ja, aber sonst lese ich tatsächlich gefühlt eigentlich überall. Achte Frage, laut Lesen oder still im Kopf, normales Lesen. Ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Also wenn man allein zu Hause sitzt sozusagen oder auch unterwegs ist, dann lese ich definitiv leise in mich hinein. Gab aber auch schon liebe Menschen in meinem Leben, wo wir uns gegenseitig vorgelesen haben. Und dann liest man natürlich laut und ist anfangs vielleicht so ein bisschen irritiert, weil ja die gesprochene Stimme anders klingt als die Stimme im Kopf. Und ist da vielleicht ein bisschen verwundert. Aber das fand ich auch eine ganz schöne Art, um eben gemeinsam ein Buch zu lesen, das man eben abwechselnd vorgelesen haben. Aber für mich selbst lese ich definitiv leise im Kopf und habe auch sehr oft die anderen Stimmen dann im Kopf. Also wenn ich einen männlichen Protagonisten habe, ist meine Vorlesestimme für mich selbst tatsächlich auch eine männliche. und natürlich, wenn es eine weibliche Protagonistin ist, dann eben auch eine weibliche Stimme. Nicht immer zwangsläufig meine. Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so seht. Neunte Frage. Überspringst du Passagen aus einem Buch oder sogar Seiten? Nein. Also das finde ich tatsächlich... Warum sollte man das tun? Also es gibt natürlich Bücher, die Abbruchkandidaten sind. Und da kann es schon mal sein, dass man irgendwie denkt, so jetzt schaue ich einfach mal, wie geht es vielleicht 50 Seiten weiter. Aber das mache ich tatsächlich eigentlich nicht mehr. Ich bin auch niemand mehr, der zum Ende springt. Und ich würde sagen, am ehesten mache ich das immer mal wieder, vielleicht bei Sachbüchern. Also wenn man irgendwie ein Thema hat und gerade dieses Kapitel betrifft einen nicht, interessiert einen nicht, dann würde ich das auch überspringen und nicht lesen, nur damit ich es gelesen habe. Aber bei jedem Roman, bei jedem Buch, was zur Unterhaltung dient, ja, gibt es ja eigentlich gar keinen Grund, das zu machen. Zehnte Frage. Den Buchrücken brechen oder ihn so belassen, dass er im besten Falle wie neu aussieht? Also mir ist das egal, wie das Buch aussieht. Also ich lese das Buch so, wie ich es in der Hand halten möchte, so wie ich Lust habe. Mir ist das tatsächlich egal, ob da Leserinnen drin sind, ob das irgendwie gebrochen ist. Ein Buch darf für mich gebraucht aussehen, darf benutzt aussehen. Es ist ein Gebrauchsgegenstand und ich habe überhaupt kein Problem, wenn ich Bücher ausleihe und es von Freunden zurückbekomme und die haben es eben auch gelesen. Ich finde es ja umso schöner, wenn man sieht, dass dieses Buch benutzt wurde und nicht fein säuberlich jede Seite umgeblättert wurde oder wie auch immer. Ich finde es schön, dass das Buch dann ja irgendwie, ja, das, wofür es da ist, auch gebraucht wurde. Und ja, von daher, mir ist das tatsächlich egal. Es gibt wenige Bücher, wo ich darauf achte. Theoretisch bin ich schon ein vorsichtiger Leser, wenn ich mir Bücher ausleihe, weil man ja natürlich nicht weiß, wie der andere, der es einem ausleiht, gern sein Buch zurückhält. Da bin ich schon ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn das meine Bücher sind, dann, ja, sehen die eben aus, wie wenn sie eben gelesen und bestenfalls geliebt wurden. Elftens, schreibst du in deine Bücher? Nein. Also auch hier tatsächlich eher die Unterscheidung, lese ich eine Geschichte, die mich unterhält. Da mache ich mir eher so Post-its, sage ich mal, rein, um schöne Stellen zu markieren, um Zitate zu markieren. Schreiben gibt es da jetzt nicht direkt einen Grund. Bei Sachbüchern, Lernbüchern oder, ja, irgendwelchen Arbeitsbüchern ist das natürlich anders, weil da schreibt man rein. Da bin ich dann zwar auch so ein bisschen, hm, ich nehme jetzt mal einen Bleistift, aber das stört mich tatsächlich weniger. Also von mir aus kann da auch was reingekritzelt sein. Ja, solange, also es ist ja meins. Also von daher, das stört mich nicht. Aber bei mir gibt es jetzt im Sinne von bei Romanen oder Thrillern oder, ja, kein Grund, um da was hinzuschreiben. Ich bin dann eher der, der eben Post-its sehr häufig tatsächlich irgendwas markiert. Und die zwölfte und letzte Frage ist dann, wem ich so tagge? Ja, ich würde gerne meine Hörgenuss des Monatsmädels taggen. Die liebe Steffi, die liebe Sandra, Ruth, Christine, Monika und Mel. Vielleicht haben die Mädels ja Lust und den Tag auch noch nicht gemacht. Und dann darf sich natürlich auch jeder getaggt fühlen, der eben einfach Lust drauf hat. Gerne auch jeder in den Kommentaren. Wenn ihr vielleicht keine Videos dreht, dann, ja, Fragen findet ihr in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Und dann können wir uns ja vielleicht zu den einzelnen Fragen auch ein bisschen austauschen. Oder wenn ihr speziell zu einer Frage was erzählen wollt, würde ich mich darüber auch freuen. Und jetzt, ja, danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr fandet den Tag ähnlich interessant wie ich selbst und konnte euch ein bisschen gut unterhalten. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.